Guten Tag, Falki. Äh, Simoni? Hallöchen. So, das dunkle Zeitalter. Ich hab's jetzt einfach mal rausgehauen. Oh, hoppla, das ist so abrupt heute. Wir spielen nämlich ein neues Spiel. Ja. Aber du hast den Untertitel vergessen. Die Geschichte des Streits von Arda und Urda. Oh, okay. Ja, ich hab ja einmal zu weit schon getippt auf meiner Tastatur und deswegen hab ich diesen Text schon verpasst. Ach, Himmel, Herrgott. Aber, ja. Und heute ist was ganz Besonderes, ne? Ich glaub, wir haben noch nie so zeitnah aufgenommen, also wir nehmen am selben Tag auf, an der wir diese Episode veröffentlichen werden. Das ist was ganz Besonderes. Ich glaub, das haben wir noch nie gemacht. Ist das so, ja? Ich glaub schon, ja. Sonst haben wir immer etwas vorgearbeitet, aber, ja. Jo. Genug der Worte. Reißen wir ins dunkle Zeitalter. Wir wissen nichts darüber. Ne, es ist auch sehr spontan aus unserem Ordner der zu spielenden Spiele rausgewählt, rausgesucht worden. Genau, und ich erwarte irgendwas mit Rittern. Ja, ich erwarte was mit Arda und Urda. Spontan. Das ist aber, ich bin mir nicht sicher. Nun gut, schreiten wir voran. Du musst mal den ersten Text lesen, weil ich hab ja schon zu weit getippt. Ne, das war's schon. Ich hab jetzt auch auf Weiter geklickt, weil dann kommt hier die Planeten und so. Okay, dann bin ich wieder synchronisiert mit der Welt. Mehr stand dann nicht. Willst du mal vorlesen, oder? Gut. Die Planeten Arda und Urda kreisen um die Sonne wie zwei Zwillinge. Nun ist aber Urda neidisch auf Arda, weil Arda der fruchtbare Planet ist. Dichte Wälder und große Ozeane ermöglichen eine reichhaltige Vielfalt an Geschöpfen, während ein Großteil von Urda eine Steinwüste ist. So schiebt sich eines Tages Urda in die Umlaufbahn von Arda, wodurch nun auf Arda eine ständige Dunkelheit herrscht und droht jedes Leben zu vernichten. Nur ein mutiger Junge, der bei seiner Initiation Edelsteine in den Farben Rot, Grün und Blau opfert, kann durch die magische Kraft dieser Steine Urda wieder zu Vernunft bringen. Ja, schön. Das dunkle Zeitalter? Ja. Ja, so heißt das Spiel. Und ist ein Beitrag zu einem geschwindigkeitsinteraktiven Fiktionwettbewerb. Und das letzte Spiel, was wir gespielt hatten, war das ja auch. Mal gucken. Ah ja, stimmt. Mal gucken, wie das jetzt mit dem hier ist. Ah hier, guck mal, muss er auch mal vorlesen. Ist von Andrea Weikert. Oh ja. Ist vielleicht nicht wahr, ich weiß ja nicht, aber man muss ja mal Kredit, wo Kredit angebracht ist. Okay, also mit meinen Rittern habe ich schon mal daneben getippt. Ist einfach nur ein Planet, der alles dunkel macht. Aber das ist ja spannend, dass Planeten auf sich eifersüchtig sein tun. Ich überlege gerade, wie das funktionieren soll, wenn der eine auf die Umlaufbahn des anderen, da liegt er ja erstmal nicht so unbedingt zwischen Sonne und dem anderen. Ja, das ist komisch. Astronomisch bin ich jetzt nicht hundertprozentig fest. Und wenn die, also ja, ja. Ich kann es auch nicht ganz genau nachvollziehen, aber ich wusste auch nicht, dass Planeten aufeinander eifersüchtig sein können, von daher. Das wiederum war mir auch nicht so klar. Ich glaube, das ist bei uns auch so. Und deswegen sind die alle so weit auseinander, weil die sich nicht abkönnen. Ich meine, das wäre ungefähr so, wie wenn ich stolz bin, dass auf mir irgendwelche anderen Bakterien wachsen als auf dir. Also ich weiß nicht. Komisch. Diese Planeten, man versteht sie einfach nicht. Ist nicht Pluto auch neidisch, dass er jetzt kein Planet mehr ist? Ist er nicht wieder? Ach nee, ein neuer Planet wurde entdeckt. So ist das, ja. Ja, also angeblich. Also da habe ich aber auch noch nichts. Also wollen wir mal ins Spiel gehen? Zelt. Ach so, ja, das ist die erste Location. Du befindest dich in einem runden Indianerzelt, das zum Süden hin offen ist. In der Mitte des Zeltes brennt ein kleines Lagerfeuer und in der hinteren Ecke liegt dein Schlafplatz, der aus einem, aus ein paar Schafsfällen besteht. Och, wir waren letztens im Zoo und haben Schafe gestreichelt. Die sind so weich. Das ist so toll. So eine Knuddelschaffe. Ich kann total nachvollziehen, warum man früher halt mit den Tieren in einer Hütte gelebt hat. Weil die sind so weich. Ich nicht, weil die stinken. Ja gut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum man das nicht möchte mehr. Ja, aber das riecht man ja nach einer Weile nicht mehr. Ja, das ändert aber nichts daran, dass es halt weiter stinkt. Ja, aber vielleicht stinkt es jetzt auch, nur wir merken es alle nicht. Also Schafe sind weich, toll, wollte ich nochmal festhalten. Und ich könnte nicht weiter weg sein mit meiner Vermutung, dass es um Ritter geht. Ja, es fängt ja in einem Indianerzelt an. Naja. So, da wollen wir mal, ne? Erster Satz, wie immer, schau dich an. Wir wollen jetzt mal gucken, wer wir sind. Hier, so sieht es aus. So weit weg von zu Hause, bei einem fremden Stamm, fühlst du dich etwas einsam. Aber immerhin wirst du in die Gemeinschaft des wilden Schnurps aufgenommen. Von draußen hörst du die Trommeln rufen. Na, die sollen mal ruhig rommeln. Wir sind jetzt gerade hier drin und müssen uns erstmal... Schlag mich! Das war an die Trommeln. Schnurps. Schnurps, das ist nicht gut. So, wollen wir den Schlafplatz untersuchen oder das Lagerfeuer? Erstmal das Lagerfeuer. Das stinkt im Zweifelsfall nicht. Du kannst nicht der gleiche sehen. Zumindest nicht nach Schafsfell. Aha. Wieder so eine Illusion. Schlafplatz untersuchen. Mal gucken. Eine Schlafstelle besteht aus ein paar weichen Schafsfellen, die mit dünnen Lederstreifen zusammengenäht sind. Hä, wie heißt denn du das jetzt? Weil ich habe nach Schlafplatz... Ich habe das Schafsfell untersucht. Aha. Und übrigens von draußen hört man immer noch die Trommeln rufen. Hey, komm her. Ja. Ich glaube, hier drin ist nicht so viel Interessantes. Ich glaube, das war ein Inventar vielleicht. Das haben wir. Ah, man trägt einen blauen Saphir und einen grünen Smart. Oh, da brauchen wir ja nur noch den roten Rubin. Du hast immer noch den ersten Satz im Kopf, ne? Ich nehme mich nicht mehr. War das rot? Ja. Sagen wir mal jetzt einfach mal. Rot, grün, blau. Genau. Schmück die Sau. Das ist ein anderer Spruch. Aber es... Bitte? Okay. Nee, ich sag gleich, ich glaube, grün. Nach Süden, ja? Gehen wir raus aus dem Zelt? Nach Süden hin offen. Ja, genau. Lagerplatz. Das Lager besteht aus einigen im Kreis aufgestellten Zelten. Ein riesiges Lagerfeuer in der Mitte des Kreises erhält die Nacht. Ach, es ist dunkel. Hm. Interessant. Ja gut, es macht Sinn. Deswegen haben wir auch bei uns ein Lagerfeuer an. Naja, wenn es kalt draußen ist, hätte ich es auch an, wenn es hell ist. Egal. Er hat ja die Steinschale direkt vor unser Zelt gelegt. Moment. So weit bin ich noch nicht. Vor deinen Füßen steht eine graue Steinschale. Oh. Ja, guck mal, wir kommen raus, hat da irgendein Depp das Ding hingeknallt. Was soll das denn? Ja, wir werden erst einmal um uns hauen gleich. Moment. Vor allem ist es dunkel. Der Trommler... Was? Ja, nee, weiter. Ach so. Der Trommler schlägt auf seiner Trommel einen bekannten Rhythmus. Der Tänzer folgt dem Rhythmus des Trommlers und tanzt um das Feuer. Okay. Du, du, tsch. Du, du, tsch. Dann untersuche ich jetzt mal hier diese Steinschale. Das ist ja wohl offensichtlich. Eine Steinschale. Offensichtlich für die Opfergaben. Ach guck, da hast du schon alles vorbereitet. Für den Planetenrückkopplungsmodus. Stimmt, aber wir haben... Naja, oder wie... Also, naja. Oder wir werden geopfert, kann ja auch sein. Na, da ist die Schale aber hoffentlich groß genug, oder? Oder drehen wir uns so durch den Mixer und dann sind wir ganz klar. Vielleicht wird sonst auch nur der Kopf abgeschnitten und die Schale ist groß genug für unseren Kopf. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht, nicht wahr? Man weiß es nicht, ja. Der Tänzer folgt dem Rhythmus des Trommlers und tanzt um das Feuer. Okay, ich untersuche mal den Trommler. Ein mit bunten Federn und Stoffen gekleideter... Buchstaben zu fehlen. Mann, der mit seiner Trommel den Rhythmus angibt. Okay, dann untersuchen wir mal den Tänzer, wa? Ja. Der Tänzer ist nur mit einem kleinen Ländenschurz begleitet. Schweißperlen laufen über seine muskulöse Brust, während er sich im Rhythmus der Trommeln bewegt. Oh, da merkt man, das hat eine Frau geschrieben, ne? Oi, oi, oi. Ein heißer Feger, könnte man auch sagen. Da musst du aufpassen, dass der nicht so doll hüpft, ne? Sonst fliegt der Ländenschurz. Aber das hat der Tatsan, Tatsan hat das ja auch irgendwie immer hinbekommen. Na gut, vielleicht ist ja auch noch unten so ein Faden, der das dann irgendwie nach unten strafft. Genau, der erste ist Trinkthangar der Geschichte. Naja, ich weiß es ja nicht. So, jetzt haben wir alles erkundet. Ich untersuche mal das Lagerfeuer. Das habe ich auch schon versucht, aber das ist gar nicht da. Aha, okay. Und das riesige Lagerfeuer? Ne, es ist auch nicht da. Warte mal, untersuche Kreis. Gibt es auch nicht. Okay, untersuche Nacht. Gibt es auch nicht. Okay. Naja, wie, ja. Warte mal, die Zelte. Ich nehme mal die Steinschale. Gibt es auch nicht. So, die Steinschale ist zu schwer. Oh, du hast wahrscheinlich nicht recht. Die ist nämlich recht groß. Wahrscheinlich passen wir doch komplett rein. Pass auf, wir legen einfach mal diese Diamanten da rein, oder? Also, wir haben ja dabei den blauen Saphir und den Smaragd. Leg Saphir in Steinschale. Ne, kann man ja schon mal machen. Du musst das Ritual befolgen. Achso. Warte mal, wir reden mal mit den Johnnies hier. Ach, reden. Red mit Trommler. Sprich mit Trommler. Das geht aber nicht. Und mit dem Tänzer kann man irgendwie auch nicht reden. Die sind so richtig drin in ihrem Rhythmus. Da kannst du jetzt nicht rein. Weißt du? Schau dich um. Wenn du so richtig in Trance getanzt bist, dann... Das stimmt. Wir haben natürlich noch nicht unter die Felle geguckt. Lass noch mal reingehen in das Zelt. Wir gehen kurz in das Zelt. Und schau unter Schafs Fell. Vielleicht liegt da ja... Siehst du? Zwischen den Fellen findest du den roten Rubin. Nimm... Was hast du gemacht? Schau unter Schafs Fell. Ja. Aha. Ach, guck mal. Das ist ja praktisch. Er nimmt ihn dann automatisch. Ich wollte ihn nämlich eben noch greifen. Aber dann ist mir aufgefallen... Oh, ich hab ihn ja schon genommen. Ich kleiner Depp. Genau. Und jetzt ist er schon in meine Tasche. In meine Tasche. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Simon. Du mit dem runter... Also mit dem da runter schauen. Das ist gut. Ach, wie hieß das letzte Spiel? Dings. Bums. Dings Bums. Wie hieß das denn mit dem Raumschiff? Crazy Christmas. Was mit dem Raumschiff? Mit dem Raumschiff. Ja. Ganz genau. Das hat uns halt das gelehrt, ne? Immer in die Lücken gucken. Von irgendwelchen Teppichen, die auf dem Boden liegen und so. In einem Raumschiff liegt ein Teppich rum. Das musst du auch immer erzählen. Also. Gehen wir nach Süden. Ja. So, jetzt gehen wir raus. Und jetzt leg Rubin in Schale. Du musst das Ritual befolgen. Okay. Aber wie? Also wie? Aber warum denn? Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es eine gewisse Reihenfolge gibt. Na, okay. Also versuchen wir mal... Also jetzt hatten wir Rubin, ja? Legen wir mal den Saphir rein. Aber das hatten wir, glaube ich, eben schon. Saphir, ja, genau. Aber den Smart Rakt haben wir noch nicht. Genau. Vielleicht muss man den zuerst reinlegen. Nee, das geht auch nicht. Also wir müssen irgendwie rausfinden, wie das Maragd... Äh, wie das Maragd, sag ich schon. Wie der... Wie das Ritual so von den Stadten geht. Also ich glaube, irgendwie müssen wir im Zelt noch ein Buch finden oder so. Warte mal, ich gucke noch mal kurz, kurz hoch. Schau dich um. Wo Ada und Schnuffi sich da... Ach Mist, ich kann nicht so weit hoch. Siehst du diesen Text noch? Da stand ja da, äh, hier, der Junge und die Steine und so. Vielleicht stand da irgendwie so ein Hinweis, dass man sich erst selbst in die Schale legen muss. Oh, warte mal, ich probiere das mal aus. Steig in Schale. Vielleicht muss man sich mit den Rubinen so einreiben oder so. Okay. Sie ist nichts, in das du hineingelangen könntest. Okay. Doch nicht so groß. Wollen wir vielleicht mal den Himmel oder so untersuchen? Also der wird jetzt nicht explizit erwähnt, aber irgendwie geht es ja um die Planeten. Ja, schau nach oben, mach ich mal. Äh, nee, das geht nicht. Man kann nur in etwas nachschauen. Also ich könnte jetzt in die Schale schauen zum Beispiel. Schau nach in Schale. Aber da sehe ich nichts. Ich habe auch gerade mal probiert, von dem Lagerplatz nach Süden zu gehen und da sagt er, du darfst nicht in fremde Zelte. Ach, guck. Also wir kommen ja auch nicht weg. Ich habe mal Süden, Osten, Westen ausprobiert. Mhm. Das geht nicht, weil Norden ist ja unser Zelt. Dann kannst du ja nochmal kurz den Text vielleicht anklären. Da steht nur, du darfst nicht in fremde Zelte. Nein, ich meine den Text von ganz am Anfang, wo schon diese Rubinen erwähnt wurden. Nee, ich kann nicht so weit hochscrollen. Ich müsste nochmal anfangen. Oh, mein. Das kann ich gerade mal machen. Na gut, genau, mach das mal. Ist ja nicht so viel passiert. Nicht so viel. Und währenddessen gucke ich mich nochmal hier oben. Ist ja alles dunkel. Feuerschein erhellt das Lagerfeuer. Ein mutiger Junge, der bei seiner Initiation Edelsteine in den Farben Rot, Grün, Blau, also RGB, opfert, kann durch die magische Kraft dieser Steine Urda wieder zur Vernunft bringen. Okay, gut. Also wenn die Reihenfolge, wie sie jetzt erwähnt wurde, Rot, Grün, Blau, irgendwas zu sagen hat, dann ist er eine Initiation. Das ist bestimmt auch was, was wir nicht, aber okay, was haben wir gemacht? Schau unter Fell. Achso, du bist jetzt wieder im Zelt. Ja, ja, genau. Ich untersuche mal das Zelt von innen. Achso, das ging nicht. Aber vielleicht muss ich Indianerzelt eingeben. Nee, geht auch nicht. Hm. In der Möse. Ich schaue jetzt nochmal unter das Feuer. Ach nee, warte mal, das Feuer haben wir ja gar nicht gesehen. Das, ich wollte gerade sagen, eigentlich sieht man gar nichts. Man sieht ja nicht mal, also man kann nicht mal die, die, die Personen da. Haben wir die Trommel schon untersucht? Hm, dann gehen wir mal raus. Gucken wir uns die Trommel mal genau an. Ah ja, die kann man ja nicht sehen. Offensichtlich, die Steinschale ist für Opfergaben. Und nehmen können wir sie nicht. Können wir die schieben? Schieben? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss die irgendwie ins Feuer. Du bist dazu unfähig. Okay. Ach, wir sind auch noch unfähig. Nochmal, leg Steine in Schale. Jetzt fragt er nach, welchen Stein. Ja, genau. Also okay, sag mal den roten Ruh. Ja, du musst das Ritual befolgen. Du musst das Ritual befolgen. Sag mal, vielleicht müssen wir jetzt nochmal mit den Leuten reden. Denn jetzt haben wir ja den Stein gefunden. Und vielleicht wollten die vorher einfach... Warte mal, sprich mit Trommler über Ritual. Mache ich jetzt einfach mal. Sprich mit Trommler über Ritual. Das scheint keine Reaktion zu provozieren. Was war der andere? Tänzer, ne? Auch da, das scheint keine Reaktion zu provozieren. Irgendwie höre auf Rhythmus oder so? Ich weiß nicht. Untersuchung? Lausch. Ich mach mal lausch. Du hörst nichts Unerwartetes. Okay. Gut, nochmal umschauen. Also, das Lager besteht aus einigen kreisaufgestellten Zelten. Müssen wir uns jetzt irgendwie opfern? Opfer... Ne, es geht auch nicht. Vielleicht müssen wir vorher die Steine essen. Oh ja. Und dann opfern. Es ist Maragd. Er ist völlig ungenießbar. Oh, warte mal. Haben wir die Steine eigentlich untersucht? Untersuche... Ne, das stimmt. Haben wir nicht gemacht. So. Das ist die Sichtlichste, ne? Du entdeckst an dem Grünsmarkt nichts Spezielles. Suchen wir mal nach den anderen Sachen. Rubin. Ein feuerroter, tropfenförmiger Rubin. Okay. Was war das andere? Saphir. Saphir. Aber auch da nichts Spezielles. Schau durch Saphir. Ich wollte den so ins Feuer halten, sodass man so durchguckt, dass Licht sich bricht. Vielleicht hätten wir dann so... Ja, dann, warte mal. Ja, wirf Steine in Feuer. Aber das Feuer gibt es ja gar nicht. Auch Lagerfeuer gibt es nicht. Ah, okay. Man kann nur belebte Objekte in Feuer werfen. Ach nee, dann ist gut. Hilfe versteht er auch nicht. Oh, ich weiß. Wir können tanzen. Tanz. Ha, guck mal. Tanzen, ja, das wäre natürlich... Deine Füße folgen dem Rhythmus der Trommeln. Du gerätst immer mehr in Trance. So, können wir tanzen weiter, oder? Ja. Tanz. Deine Füße folgen dem Rhythmus der Trommeln. Du gerätst immer mehr in Trance. Sehr gut. Ich mache das nochmal. Okay, wir können jetzt ja so viel tanzen, wie wir wollen, aber das funktioniert alles nicht. Okay, vielleicht müssen wir erst tanzen und dann die Steine da reinlegen. Leg Rubin in Schale. Du legst, aha, du legst den roten Rubin in die graue Steinschale. So, jetzt nochmal. Sehr gut. Dann tippe ich nochmal Tanz. Ach so, meinst du nochmal? Ja, okay. Tanzen wir noch eine Runde. Guck mal. Du willst tanzen, aber irgendetwas fehlt noch. Okay, also leg... Was war grün? Der Smaragd, oder? Ich glaube, Smaragden sind grün. Inventar. Ja. Okay, habe ich gemacht. So, jetzt nochmal. Leg Smaragd in Schale. Okay, aber wir können nicht. Geh tanzen? Nee. Spürst du das? Nee, weißt du, du spürst das doch. Es fehlt noch irgendwas. Ja, jetzt spüre ich es auch. So. Und leg Saphir in Schale. Wir haben gewonnen. Oh. Das war ja flott. Die drei Steine fangen zu glühen an und funkeln an allen Farben des Regenbogens. In diesem Moment hörst du einen fürchterlichen, lauten Donner, der ganz Arda erzittern lässt. Dann bewegt sich Orda widerstrebend auf die ihm gehörige Umlaufbahn und es wird wieder hell. Du hast gewonnen. Und jetzt das Beste. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Null von Null. Deprimierend. Hey, Simon, wir haben es geschafft. Wow. 19 Minuten. Nicht schlecht. 20. 20 Minuten. Ja, ja, gut. Aber davon nur in diesem 5 Minuten sinnloses Gelaber, wie immer. Mit 10 Minuten rumirren. Genau. Ja, das war ja schön. Schade. Vielleicht sollten wir keine Speed-IF-Spiele mehr spielen. Oder zumindest nicht so. Ist doch einfach mal ganz nett. Ich meine, der letzte war zwei Episoden. Das ist, ich glaube, eins der ersten Spiele jetzt, die nur eine Episode haben. Oder ich glaube, wir hatten das schon mal. Ach genau, Lord of the Recon war ja auch nur eine Episode lang. Stimmt. Weil du wieder mich nicht so viel geschrieben hast. Grandios war das. Ja. Und was sagst du denn zu dem Spiel? Ja, ja. Nö, ich überlege jetzt. Also, ich meine, wenn es jetzt ganz lange so gegangen wäre, dass man, also, so ein kleines Hinweischen, auf das man zum Beispiel tanzen soll. Naja, eigentlich ist es schon ziemlich dämlich, dass man nicht früher drauf gekommen ist. Nee, ich weiß nicht. Also, guck mal. Es gibt zwei Personen, der eine trommelt, der andere tanzt. Ja, gut, aber ich meine, es stand ja auch nichts da ganz am Anfang. Also, so, zum Beispiel hätte ich es jetzt ganz nett gefunden, wenn das so ein Zettel gewesen wäre, weißt du, mit der Ritualbeschreibung drauf oder so. Einfach. Ja, ja. Weil, also, weil, ja, keine Ahnung. Also, ich nehme mir das, also, ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie, ja, dass da irgendwie so, also entweder sitzt da so ein alter Indianer mit dir rum und bereitet dich halt vor, ne, so, begleitet dich auf den letzten, auf den letzten Schritten deines Rituals nochmal irgendwie, oder da liegt halt irgendwie ein Buch rum oder ein Zettel und mit so ein paar Zeichnungen drauf. Das wäre doch lustig gewesen, so ein paar Zeichnungen oder so. Ja. Naja. Aber, äh, ansonsten sehr schön, ja. Das, das sind die jetzt wieder. Ach man, natürlich ist es dunkel gewesen. Wieso, wo stand das? Na, der ganze Planet hat uns doch verdunkelt, das ist doch das Hauptproblem. Ach, stimmt, ja, stimmt. Natürlich war es Nacht, ne. Also, beziehungsweise. Na, dunkel, nicht Nacht. Dunkel, ja. Es ist auch eine Verschwendung, ne, jetzt haben die die Lagerfeuer angemacht und jetzt ist es wieder hell. So ein Scheiß, ey. Frage mich, wie lange es auch dunkel war. Sind jetzt schon alle Tiere tot? Oder, äh, ist das gerade gestern passiert und dann, dann geht's noch? Naja, so astronomische Sachen, die gehen ja nicht von heute auf morgen, ne? Na, so eine Sonnenfinsternis, die ist relativ schnell da und relativ schnell wieder weg, ne? Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Aber die ganze Vorbereitung und so, dass der Planet sich dreht, das dauert schon länger. Ja. Also, bis er sich dahin gedreht hat, das meine ich. Meinst du? Naja. Gut, wollen wir das jetzt hier mal nicht, äh, weiter ewig in die Dings ziehen? Hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, eine Grußformel zum Abschied oder sowas? Na, dann legen wir los. Tschüss. Ciao.